Hi, ich bin Flubot X1. Ein Roboter. Ein Wischroboter. Meistens bin ich im Standby. Sobald ich den Befehl bekomme, beginnt meine Patrouille. Ich weiß genau, wo ich hin muss und welche Bereiche ich vermeiden muss. Weil ich die Leiderkarte bereits im Kopf habe. Eigentlich kann ich mich noch an viel mehr erinnern. Ja, fünf Etagen. Reinigen. Wischen. Das ist so einfach für mich. Weil ich ein starkes Herz habe. Und ein vibrierendes Hochfrequenzwischsystem. Oh, hier kommt der knifflige Teil. Ein schmaler Bereich. Schau mich an. Hab ich nicht eine schlanke Figur? Oh, Teppich. Kein Problem. Ich werde dich nicht nass machen. Jetzt ist das Haus sauber und meine Arbeit ist erledigt. Ich gehe nach Hause und mache mich sauber. Home, sweet home.